Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist, hier auf meinem Channel. Auf was zum Channel denn sonst? Wir klären heute, oder ich will dir heute erklären, warum Frauen ansprechen, diese Fähigkeit, Frauen ansprechen, das Beste ist, der größte Shit ist, den du können kannst. Diese Fähigkeit ist unglaublich wertvoll. Ich erkläre dir heute, warum aufgrund meiner Erfahrung, mehr als fünf Jahre eigenen Erfahrung im Frauen ansprechen und der Erfahrung, die ich mit meinen mittlerweile hunderten Coaching-Teilnehmern gemacht habe. Und ich sage das immer wieder zu potenziellen Coaching-Teilnehmern, ich bin immer traurig, wenn ein Mann in seinem Leben niemals Frauen angesprochen hat. Weil er so viele Möglichkeiten verpasst hat. Denn dem muss klar sein, zuallererst mal ist es so, dass wenn du Frauen direkt ansprichst, Frauen auf der Straße, im Alltag ansprichst, du fast absolut konkurrenzlos bist. Bedeutet einfach, das macht einfach niemand. Du bist fast der Einzige da draußen, mit mir zusammen natürlich, der diese Sache macht. Sogar die meisten Leute, die diesen YouTube-Channel schauen, machen das nicht, obwohl sie es gerne machen würden. Die meisten Leute, die diesen YouTube-Channel schauen, gucken sich nur die Videos an, gucken sich nur die Theorien an und träumen davon, das zu machen, aber gehen niemals raus. Und deswegen bist du absolut konkurrenzlos. Die meisten Männer draußen haben nicht die Eier, eine Frau, die ihnen gefällt, anzusprechen und vielleicht mal eine Frau über den Freundeskreis kennen oder in ihrer Uni oder auf der Arbeitsstelle, wenn sie denn mal Glück haben. Und da kommen wir gleich zur nächsten Sache, zum nächsten riesigen Vorteil, wenn man Frauen direkt anspricht oder Frauen auf der Straße anspricht, im Alltag, wie du willst. Der andere Vorteil ist, du hast viel mehr Kontrolle. Du hast so wenig Kontrolle, wenn du dich davon entscheidest, ja, ich gucke jetzt mal, wo die Frauen herkommen und wenn ich Glück habe, lerne ich mal eine kennen, ja, vielleicht ist ja im Freundeskreis mal eine dabei und ja, ja, okay, da ist zwar einer auf der Straße, die mir gefällt, aber die spreche ich jetzt nicht an. Also, du hast überhaupt gar keine Kontrolle über dein Liebesleben, über dein Sexleben, wenn du nicht in der Lage bist, eine Frau direkt kennenzulernen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, wenn du dich nicht traust, dann kommst du zu mir und ich unterstütze dich dabei. Aber du hast viel mehr Kontrolle, wenn du das einfach machst und die meisten Männer, wie bereits gesagt, die meisten Männer geben diese Kontrolle ab und hoffen, hey, das klappt vielleicht irgendwann, dieser Spruch. Irgendwann wird das schon. Zu jedem Topf passt ein Deckel. Zu jedem Topf in meiner Küche passt nicht mal ein Deckel. Und das sollte dir schon sagen, was dieser Spruch bedeutet oder wie ernst man den auch nehmen kann. Es ist eben nicht so. Die meisten Männer, die sich auf das Glück verlassen, die enden irgendwann in Beziehung mit Frauen, wo sie dann merken, oh kacke, auf die habe ich ja gar keinen Bock. Jetzt habe ich Kinder mit ihr, jetzt habe ich ein Haus mit ihr, das war das Ende meines Lebens. Wenn du da nicht hin möchtest, dann solltest du lernen, Frauen anzusprechen. Wenn du dich fragst, wie, Nummer eins, komm zu mir, Nummer zwei, du bist schon auf meinem Channel, schau weitere Videos, geh raus, mach es, geh in die Praxis, hol die Leute, die es auch machen und lass dich dann dabei unterstützen. Ja, und Nummer drei ist, es gibt fast keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, so effektiv persönlich weiterzuentwickeln, als wenn du Frauen ansprichst. Das habe ich gerade wieder gemerkt, wo ich wieder nach einer langen Zeit angefangen habe, Frauen anzusprechen und wirklich gemerkt habe, wie sehr manche Dinge mir auf mein Ego gegangen sind. Also es haben mich manche Dinge so angenervt beim Frauen ansprechen, die ich, ja, mit denen war ich gar nicht konfrontiert eine lange Zeit, weil ich viel zu Hause war, viel gearbeitet habe, viel auch rumgepimmelt habe und dann bin ich wieder rausgegangen, Frauen ansprechen, ich habe gemerkt, wie viele Sachen, ja, wie angreiflich, angreifbar, sagt man, mein Ego eigentlich ist und das hat mir enorm weitergeholfen, mich zu reflektieren in meinem Tagebuch, ein bisschen darüber zu meditieren, mich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und so weiter und das war so wertvoll und das passiert beim Frauen ansprechen ganz extrem. Du wirst auf deine Schwächen hingewiesen, du wirst auf deine Ängste hingewiesen und kannst dann damit arbeiten, kannst du durch deine Ängste hindurchgehen und dich als Person und als Mann weiterentwickeln und ich kenne fast keine Sache, die so effektiv ist für Weiterentwicklung wie Frauen anzusprechen. Und natürlich, das muss ich nicht erwähnen, aber das ist offensichtlich, wenn du viele Frauen ansprichst, wenn du gut darin wirst, dann hast du auch einfach viel Sex, dann hast du eine riesengroße Auswahl an Frauen und musst dich nicht mit irgendeiner zufriedengeben, die dir eigentlich gar nicht gefällt, sondern kannst dir wirklich die Frau aussuchen, die du cool findest und hast auch noch den Vorteil, dass die Frau sieht, oh scheiße, dieser Typ ist ja auch in der Lage andere Frauen kennenzulernen, den sichere ich mir mal lieber, das ist ein wertvoller Typ, also dein Wert steigt auch automatisch dadurch, dass du in der Lage bist, Frauen anzusprechen. Dadurch, dass du in der Lage bist, Frauen anzusprechen, wirst du deutlich unabhängiger von Frauen und verlierst Frauen auch weniger schnell. Ja, du verhältst dich den Frauen auch ganz anders gegenüber, weil du ja weißt, hey, wenn die sich scheiße verhält, kann ich einfach da draußen eine neue Frau kennenlernen, innerhalb von, sagen wir mal, eine Stunde, wenn ich dann eine sehe und die anspreche. Es gibt so viele Vorteile, wenn Frauen anzusprechen und wenn du ein Mann bist, gerade in deinen Zwanzigern, aber gerne auch später, aber gerade in deinen Zwanzigern, fang damit an, sprich die Frauen an, die dir gefallen ist, wird dein Leben nachhaltig verändern, da gebe ich dir die Hand drauf. Das ist die eine Sache, auf die ich, auf den ich meine, auf die ich meine, auf den ich meine, jetzt bin ich verwirrt, das ist auf jeden Fall die eine Sache, die ich meinen Coaching-Klinnehmern immer versprechen kann, nämlich, dass, wenn sie das mit mir machen, wenn sie bei mir im Coaching sind, danach ihr Leben signifikant anders sein wird als vorher, einfach, weil dieses Frauenansprechen so eine starke Sache ist. Das kann ich immer versprechen, das ist bei jedem Mann so. Jeder Mann, der das mit mir gemacht hat, jeder Mann, der das gemacht hat, den ich kenne, war danach ein anderer, ein stärkerer, ein besserer als zuvor. Das sollte Motivation genug sein für dich, um rauszugehen und Frauen anzusprechen. Wenn das immer noch nicht genug Motivation war, dann schau einfach weitere Videos auf meinem Channel. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Wenn ich dich begleiten soll auf deiner Reise und du es nicht alleine hinbekommst oder du einfach schnell besser werden willst, dann klickst du hier unter mir, da kommst du zum 3-Monats-Coaching, kannst dich dafür bewerben, gerade sind neue Plätze frei. Unten rechts in der Ecke kannst du dir ein Video anschauen, das ich dir empfehle, wenn du das Video gesehen hast, wenn du zusätzliche Motivation brauchst. Das Video unten rechts in der Ecke ist für dich geil, dass du hier warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.